Hier haben wir ein Hinten-Hodell. Hier ist ein kleines Hotel. Superschöner Club. Direkt am Außendreif. Hier oben ist es noch nicht so spektakulär. Hier ist ein kleines Boutique-Hodell nach dem anderen. Damit man schön sitzen kann abends und die Leute genießen kann. Die Preise sind eigentlich ziemlich teuer. Ein kleiner Cocktail, 26 Dollar.